So, und da geht es dann auch gleich weiter. Dann fällen wir halt noch einen Baum. Der ist jetzt eh halb weg hier. Ich hoffe, es wird jetzt nicht so schnell dunkel. Das wäre das letzte, was ich jetzt gebrauchen könnte. Noch ein Baum. Na, dass das hier alles so hoch sein muss, das sind irgendwie komische Bäume. So, ich muss mich jetzt hier wirklich beeilen, dass wir innerhalb eines Tages hier fertig werden. So, jetzt kommt hier drum noch eine Reihe Gras. Ich möchte hier einfach nur das Glas oben sehen, aber mehr nicht. Dass das quasi aussieht wie so ein grüner Hügel. Mit Glasdach. Von außen. Boah, das sind hier die ganzen Hühner, die hier rumlaufen. So, und jetzt sind wir total anfällig ohne Dach. Und ich bin ehrlich, dieses Ding hier in der Mitte, das werden wir auch wieder abreißen. Das gefällt mir jetzt doch nicht so. So, und damit haben wir dann dieses Ding hier in etwas umgewandelt, was zumindest ansatzweise an eine Wohnung erinnert. So, die 32 Glas sind fertig. Ich hoffe, sie reichen auch. Äh, nie und nimmer. Ich weiß. Naja, aber zumindest... Ist nur eine kleine Drecklücke da von vier Feldern. So, das heißt, ich sammle jetzt mal hier vier Sand ein. Das waren fünf. Nein, das waren vier. Achtu. Nix verschwenden. Tausche dann mal kurz hier die vier rein. Na, so. Hier krafte ich mal kurz eine Tür. Die können wir dann hier reinhängen. So. Das hier hätte ich jetzt gerne doch dann wieder auf Grundhöhe. Einfach, dass man nicht, wenn man aus dem Bett kullert, dann sofort hier in den Schacht reinfällt. So. An sich doch ein ganz gemütliches Häuschen. Ich bin mal auf die Nacht gespannt. Die werden wir uns natürlich nicht ganz angucken, weil wir müssen ja auch noch nach Hause zurück. So, jetzt werde ich noch mal nach Setzlingen gucken. Das ist jetzt zumindest mal was anderes als unsere anderen Basislager. Ich sag mal, unsere anderen waren ja recht massiv gebaut. Das jetzt hier ist einfach von oben gesehen recht dünn. Da fahrt es halt eine schöne Aussicht nach oben. Und von der Seite sieht es halt auch sehr natürlich aus. Sieht zumindest besser aus als das, was es vor, ich sag mal, 20 Minuten noch war. So, dann gucken wir mal, was nehmen wir mit. Ja, euch fasse ich erstmal zusammen. Dann kommen nämlich nur dann die Reste nicht mit. Aber wir werden ja noch öfters hierher kommen. Zumindest wissen wir jetzt, wo es liegt. Dann könnten wir die vier schon mal hier reinwerfen. Das Eisen gleich auch. Aber das können wir auch so mitnehmen. Das nimmt jetzt ja nicht noch zusätzlich Platz weg. So. So, diese ganzen Grundstoffe hier. Cobblestone, Treppen. Ne, aber die zwei Stacks nehmen wir mit, denn Cobblestone haben wir ja momentan Mangel. Deshalb ist es besser, wenn wir es mitnehmen. Die Wolle nehmen wir mit, das Fleisch nehmen wir mit. Den Gravel lassen wir hier. Clay nehmen wir auf jeden Fall mit, das auch. Zäune. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Wo haben wir Zäune abgerissen? Oder hatten wir hier Zäune liegen? Ach ja, stimmt, unten war ja so ein, äh, Dungeon. Genau. Die, ach, nehmen wir mit. Die bleiben hier. Die Eier nehmen wir mit. So, haben wir da noch was drin. Dann haben wir hier die Schnitzel. Ups, da. Dann können wir das eine Eisen auch schon gleich brennen. Oben gab es keine Kisten mehr. Nein. Ja, dann hätten wir doch eigentlich noch genug Platz, um zum Beispiel das mitzunehmen. Und das. Und das. Und dies. Und das. Und von mir aus auch das. Und das und das und das und das. Und dann sind wir eigentlich auch voll. Nein, eins muss ich hier zurücklassen. Das ist dieses eine doofe Stöckchen. Ups. Dieses eine doofe Stöckchen. Damit ich noch die Kohle mitnehmen kann. Und jetzt ist es dunkel und. Also ich sehe hier nichts laufen. Die Nachtruhe klappt, vertrefflich. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir Richtung. Nein, wir gehen nicht Richtung Spawnpunkt. Wir machen einen kleinen Umweg. Und wir nehmen auf den Rückweg nochmal alles, was hier so an Pilzen liegt, mit. Das kann ja nicht schaden. Und wir töten die Spinne hier. Also ich weiß nicht, sollen wir jetzt wirklich dann hier runter gehen? Oder in dem anderen Dungeon? Das ist beides theoretisch spannend. Macht auch beides Spaß irgendwie zu erforschen. Aber ich denke, wir machen dann doch erstmal unseren dritten, äh, unseren Basislager 3 Dungeon fertig. Viel kann jetzt wirklich nicht mehr kommen. Denke ich. Wir haben jetzt einen Großteil schon erforscht. Meine ich. Aber hier ist ein, äh, neuer Meinschaft. Der würde uns natürlich mit Gleisen versorgen. Allerdings haben wir jetzt hier keine Bahnstrecke hin. Das wird auch dauern, weil die Strecke hier hin ist ja noch um einiges länger als die alte. Hat das genau gepasst? Einen könnte ich sogar noch mitnehmen. Na egal. So, jetzt schnell nach Hause. Bin auch schon müde. Ich bin jetzt seit, ich sag mal, 16 Uhr am Aufnehmen heute. Erst, äh, Populous the Beginning. Dann Minecraft Themenmap. Und dann jetzt Let's Play, Vorrataufnahme, damit wir weiter vorankommen. Also hier waren wir garantiert schon mal. Haben wir noch Platz für ein bisschen Fleisch und Leder? Immer doch. Aber die Kuh ist im Wasser. Das heißt, die würde dann nur wieder für Probleme sorgen. Denn ein rohes Steak können wir gerade nicht mitnehmen. Für Kohle haben wir noch ein bisschen Platz. Kann das sein, dass wir da unten Fackeln drin haben? Ja. Ach, hier haben wir doch mal eine Nacht verbracht. Jetzt nehmen wir doch Kohle mit. Und eigentlich möchte ich gerne die Lava wiedersehen. Diesen Lava-Fall, den wir da hatten. Wie viele Zombies waren das auf einmal? Da steht nur ein Skelett. Ich mach jetzt hier ganz schnell Kahlschlag. Äh. Scheiße. Was lassen wir hier? Ein Gravel. Auf das Skelett aufpassen, was da gerade noch stand. Und ich will hier eigentlich schnell weg. Das mach ich jetzt auch, denn ich hab... Vor diesen Geräuschen gerade Respekt. Komm doch, sterb schnell, gib Schnitzel und jetzt hauen wir wirklich hier ab. Bevor hier irgendwas... Bevor hier irgendwas gleich aus dem Boden hochschießt, so Arme und mich krallt und runterzieht und ich nie wieder rauskomme. Ja, ich weiß, ich hab Paranoias. Lasst mich. Boah, aber die Ecke war gruselig. Dagegen sind ja die paar Geräusche bei uns, äh, Pille-Palle. Und hier ist jetzt absolute Stille. Was auch gruselig ist. Und, äh... Mir fällt gerade ein, ich hab heute die Hintergrundmusiken gar nicht an. Wisst ihr, das fällt mir jetzt auf, so nach 10 Folgen Aufnahme. Dass ich keine Hintergrundmusiken anhab. Ja, super, Iroh. Das fällt dir früh auf. Na gut, ich denke, heute hatten wir Zombie-Geräusche und hast ja nicht gesehen genug. Und es ist auch mal nicht schlimm, wenn mal keine Hintergrundgeräusche dabei sind. Ich glaub, da vorne ist Lehm. Platsch. Ne, das ist... doch, das ist Lehm. Ich mag diese... Höhenunterschiede im Wasser irgendwie. So, können wir den mitnehmen noch. Mal schauen. Ja, ich denke... Zumindest zum Teil. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So. Wie viel habe ich jetzt? 59. Einen noch. Ach, verschwenden wir mal ein bisschen was. Gibt ja eh genug. Ach so, jetzt haben wir den Stack da voll. Und ab nach Hause dann. Hm. Jetzt in die Richtung. Was ist jetzt schon Neues? Ne, noch... Doch, das ist schon... Ne, das ist noch... Ah. Das ist auf jeden Fall altes Gebiet hier. Kann das sein, dass wir hier im Hinweg vorbeikamen? Also das erste Mal, als wir losgelaufen sind? Ne, das war auch so ein Loch, aber das sah anders aus. Hä? Ist da ein Tunnel? Nein. Diese Stelle da, wo die vielen Zombies kamen, die werden wir, wenn wir sie nochmal finden, auf jeden Fall mal unter die Lupe nehmen. Dann allerdings dann wohl mit leerem Inventor und nicht mit vollgestopftem Taschen. Und die Kühe sollten wohl bald aussterben, wenn ich so weitermache. Ach, guckt mal, hier ist unsere Pyramide, die nie fertig geworden ist und irgendwann abgebaut wird. Die mal ursprünglich bis hierhin gehen sollte, dann verkürzt wurde um die Hälfte und immer noch viel zu groß ist. Ja, man hätte auch vorher ausrechnen können, wie groß sie wird. Und da vorne ist unser sicheres Zuhause. Zumindest eines davon. Und ich sag mal, bei dem jetzigen Stand der Sonne ist es mir lieber, jetzt erstmal in der Burg unterzutauchen. Ups. Alt jetzt. Großartig hier Kurven zu rennen. Nur um dann am Ende doch noch einen auf die Fresse zu bekommen. Auf der Seite könnte man auch mal irgendwie einen gescheiten Weg bauen. Aber zumindest läuft es jetzt hier richtig. Fast richtig. Naja. Da einen rein. Da einen rein. Und hier kann man momentan nicht viel machen. Ah, nee. Da wollte ich jetzt auch keinen hinsetzen. Nein. Ja. Machen wir das erstmal mit Dreck. So. Hilft aber auch nicht viel. Und dass wir jetzt ein Treppchen mehr trocken haben. Naja, vielleicht irgendwann endet hier halt das Gebiet. Oder unsere Stadt. Und dann haben wir halt dort schon einen Einlauf für unseren Fluss. Habe ich jetzt denn? Wieso habe ich auf einmal einen Slot? Achso, weil ich ja den Cobblestone verbaut habe. Nein. So. Aber wenn ich schon mal einen Slot frei habe, kann man ihn eigentlich auch wieder füllen. Hm. So. Ist das eigentlich euch mit der Hintergrundmusik aufgefallen? Also so wirklich wahrgenommen halt, dass ihr da aufgeschrien habt. Oh Gott, keine Hintergrundmusik. Denn mir ist das wirklich nicht aufgefallen jetzt. Ist jetzt gerade, ist mir aufgefallen. Weil ich halt irgendwie an Musik denken musste. Auch bei den Geräuschen. Da ist mir aufgefallen. Scheiße, du hast doch eigentlich sonst immer Musik laufen. So. 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 Okay, eins der Kamm war voll. Ah, Bahn ist natürlich nicht da. Müssen wir den Rest zu Fuß zurücklegen. Dann würde ich sagen, wir sortieren noch kurz unser Inventar. Naja, da unten steht genug Zeug. Dass da wirklich alles sicher ist. Naja. So. Endlich wieder zu Hause. Jetzt waren wir eine halbe Stunde unterwegs. Aber es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. So, dann fangen wir mal hier an und tun hier den Bambus bei Mario und Luigi rein. So. Bitte Mario, bitte Luigi. Ah, genau. Falsch rum. Hier packen wir unsere Eier rein. So. Schon wieder elf dazu. Wir sind wirklich fleißige Sammler, muss man sagen. Dann haben wir hier ein bisschen Saatgut. So. Und jetzt wünsche ich euch einen frohen guten Morgen, denn soeben hat die Uhr auf null Uhr umgeschlagen. Und nach dieser Folge, mir fallen fast die Augen zu. Ich wollte heute eigentlich früh im Bett. Hatte mir vorgenommen, ja, heute nimmst du mal nur so bis zehn auf. Und was ist? Ja. Minecraft war ja so fesselnd und spannend. So. Und ein Eisenbarren noch dazu. Mehr haben wir hierfür nicht. Den Rest können wir eigentlich im Inventar behalten. Obwohl die Schere brauchen wir in der nächsten Zeit, glaube ich, nicht mehr. So. Als nächstes kommen die Setzlinge weg. Das ist auch mal eine Lauferei hier, so am Ende einer Folge dann noch das Inventar zu sortieren. Äh, am Ende einer Staffel, einer Aufnahme. Ich kann dann ja nicht gut schlafen, wenn das Inventar nicht sortiert ist. Und deshalb muss das jetzt sein. Da läuft was rum. Ah, Quieper. Okay, ich bin weg. Ja, vielleicht hier nochmal wirklich, dass wir nächstes Mal hier mit der Schere erstmal durchgehen. Damit wir besser ausleuchten können. Um Besuchern entgegenzuwirken. Obwohl es ist ein Wald. Was wäre ein Wald, wenn da nicht ab und zu mal ein Besucher drin ist? Na ja. Ein friedlicher Wald vielleicht. Ja, es ist spät. Oder früh. Je nachdem. So, dann gucken wir doch mal, was hier drin ist. Ach du meine Güte. Da dürfen wir nochmal in den Wald. Gucken wir mal, dass wir das erstmal sortiert kriegen. Also hier darf jetzt wieder doch kein Cobblestone rein. Dafür erstmal Holz, Lehm, Wolle, schwarze Wolle, ein paar Treppen, Dreck. Und der Rest kommt hier rein. Lehmkügelchen. Passen auch nicht mehr. Das passt auch nicht mehr. Pilze haben wir einen extra Händler für. Ihr dürft hier rein. Knochen passen auch nicht mehr. Hier, Cobblestone-Kiste. So, dann gucken wir mal. Alles, was irgendwie woanders hinkommt, packen wir mal in die erste Reihe. Und alles, was wir behalten, das packen wir hier rein. Oder alles, was hier reinkommt noch. Dann lässt sich das etwas leichter sortieren. Das mache ich jetzt noch fertig, bevor ich schlafen gehe. Auch wenn meine Augen was anderes sagen. So, theoretisch könnten wir die dann auch noch zusammen stacken. Dann wird es vielleicht doch was mit meinem Lehm-Dach. Obwohl, ich glaube, da brauche ich ein bisschen mehr als zwei Stacks. Nicht mal zwei Stacks. Glas kann hier wieder rein. Dreck, Dreck. Wolle, Wolle. Cobblestone kommt woanders hin. Säune passen nicht mehr. Genau wie Leitern auch nicht mehr passen. Dann kommt das Holz halt wieder raus. Aber das bringt auch nicht viel. Was haben wir denn hier noch drin, was hier nicht drin sein darf? Wir könnten die anderen Cobblestone-Arten auch erstmal wieder rauspacken. So. Ich komme dann hier unten hin. So, was haben wir jetzt noch so im Inventar, was hier dringend rein muss? Leder. Hm. Pfeile und Stöckchen passen immer rein. Enderperlen haben auch noch genug Platz. Wir könnten das mal zu den anderen Fleisch packen. Dann bleibt das erstmal in der Schmiede alles drin. Dann passt das hier auch. Dann mal rüber zum Pilzcenter. Bevor ich übrigens jetzt das Basislager abbaue, also quasi jetzt ein neues Basislager annehmen möchte, da möchte ich natürlich erstmal das eine Basislager komplett leer räumen. Tschüss. Um dann... Ja, dort irgendwie nicht zurückzulassen, was wir später dann brauchen könnten. Weil wenn wir dann wirklich da fertig sind, werden wir ja auch nicht mehr oft hingehen. Also es ist auf jeden Fall nett, was wir an Fleisch davon getragen haben. Ach Gott, ja die komischen kleinen Punkte da, die muss ich ja auch noch... So und so. Und hier rein. Dann lassen wir den Lehm hier auch erstmal hier drin. Passt ja ungefähr. So, dann haben wir jetzt noch die paar Setzlinge, die wir wegpacken müssen. Und dann heißt es ab ins Bettchen für mich. Ja, ich denke, trotz der fehlenden Musik habe ich hier eine spannende Aufnahme hingelegt. Wir haben einiges geschafft am Bau unseres Mehrfamilienhauses. Unsere Bücherei haben wir einmal komplett umgestaltet und mit Dreck ausgekleidet erst mal. Steht der Quieper da immer noch? Ich trau mich nicht. Aber an sich macht das alles hier einen sehr friedlichen Eindruck. Von hier aus. Naja. So. Jo, das ist, denke ich, das Erste, was wir nächstes Mal machen. Hier einmal mit der Schere durch und dann ein paar Fackeln setzen. Dann gehen wir wieder in die Mine Cobblestone Farm für unsere, für unser Mehrfamilienhaus. Dann heißt es Holzfarm fürs Mehrfamilienhaus und für die Bücherei. Und zu guter Letzt, ja, mal schauen, was wir dann in der nächsten Aufnahme noch so hinkriegen. Ich meine, das war jetzt auch spontan, dass wir da losgezogen sind. Hat sich aber gelohnt. Wir haben einiges mitgebracht. Vor allem immer schön, dass wir jetzt ein bisschen Leben wieder mal auf Vorrat haben. Das ist ein großer Erfolg, kann man fast schon sagen. Und unsere Kies- und Dreckvorräte haben jetzt auch wieder mal ein bisschen zugenommen. Jo, da kann man allgemein nicht meckern. Wir haben auch noch 64 Halbplatten hier, die auch schon alle verbaut haben können. Egal. Machen wir alles das nächste Mal. Ich wünsche euch dann viel Spaß und ich wünsche euch jetzt nicht viel Spaß, denn viel Spaß. Was wünsche ich euch? Ja, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß, denn mehr beim Gucken der nächsten Folge von meiner nächsten Aufnahme und ich bin gespannt, was ich sagen und machen werde.